Es geht ja hier noch weiter rum. Da guckt mal einer an. Okay. Lull. Okay, das war's. Okay. Hä? Na ja, muss ich nicht verstehen. Sternfragment, davon habe ich doch mittlerweile schon viel zu viele. Hier lang, genau. Hier lang war das. Dann hier runter. Auch da hinten dann hoch. Dann hier nochmal nach oben. Links rum, genau. Links rum, rechts rum. Hier runter. Dann war das hier hoch. Normalerweise den Weg da lang, wo es Feuer ist. Hi Tim, sei gegrüßt. Ja, wie geht's? Ja, mein Freund. Wie geht's am Morgen? So, dann war das nämlich hier rum. Oder? Ja, doch hier rum. Ja, seid ihr hier oben. Musst du aufpassen, kommt dieser Feuerball wie ein Dark Souls. Komm, gib ihm noch eine Packung. Hier, komm. Sehr schön. Sehr schön. Aber jetzt muss ich erstmal... Wow, was will er denn hier? Er sieht aber so nach Item aus. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Wie willst du denn? Ach, du Schnitzel. So. Genau. Und jetzt let's go. So. Und dann hier gleich rechts rein. Und hier ist der nächste Weg dann. Hier geht's noch weiter. Also muss ich diesen Riesenpropper da erst gar nicht besiegen. ja das kann ich mir vorstellen ich mag sowas auch immer nie so we have money in the air moneybags himself lorenzini vanini is inside this factory is very good you caught us on our return trip we had to deny his ridiculous request in person just to be sure it wasn't a joke all we could do was love keep your whiskers up if you're heading in there he is the richest man in crowd or so they say who knows maybe he's handing out bags of money to lift his spirits that seems like me no way we do that well anyhow best of luck ja im eigentlichen märchen ist das so da ist auch der fuchs und ein zirkus direktor und diese beiden dem pinocchio mit ins verbotene land wo er lügen lernt und wo er von süßlich sachen und verbotenen sachen so sagen wir mal in versuchung kommt und dadurch dann halt zum esel wird indem man dann halt da diese süßigkeiten futtert so ist das eigentlich im märchen so aber hier ist das ein bisschen anders hat dargestellt also die ursprungsgeschichte von pinocchio ist ja eigentlich eine horrorgeschichte für die die es noch nicht was für die die es noch nicht was das grundsätzlich ist das eine alles die es noch nicht so schön ist ja wenn jetzt ein Quartier und ein Eher war eine diegösung auch äh wie diegösung das diegösung Ach was, wir können bei ihm was kaufen? Ja, aber das nehmen wir mit, das ist Lore. Weil ich schätze mal so schnell bekommen, wir dann wahrscheinlich die Gelegenheit nicht mehr. Okay. Okay, das war's schon. Ein Item. Oh toll. Davon hab ich doch schon genügend. Der Minus, Reiseführer der Sehenswürdigkeit von Krat 3. Okay, die Attraktion dieses Monats. Rosenanwesen. Daran ist ein Warnband angebracht, welches das Heringssymbol von Krat trägt. Warum dieses, warte, nee, Warnung, dieses Buch ist verboten worden. Wenn Sie es finden, melden Sie es bitte der Stadt. Das Lesen von verbotenen Büchern wird bestraft. Sind Sie sicher, dass Sie es lesen wollen? Da hätte ich ja nicht aufgemacht, ne? Hehehe. Okay. Hier ist eine ungleichmäßige Handschrift. Okay. Sie wurden gewarnt, aber Sie lesen ein verbotenes Buch. Sie sind ein schlechter Mensch. Ja, das soll mir scheißegal sein. Nun, Sie lesen es. Also erhalten Sie das hier. Die Rosen blühen auf dem Rosenanwesen. Den Rest kenne ich nicht. Das Ende. Reporterkatze. Dieser Reiseführer wurde mit Unterstützung des Red Lobster innen erstellt. Okay? Okay, 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 okay. Warte, da können wir weiter. Aber wir können auch noch mal da nach oben. Hello, Möpschen. Okay. 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 So, ich habe den nur schaut, Alter. Er hat den Autor verschwinden lassen, nur damit er der Autor sein kann. Man hat das dann nochmal umgeschrieben, ist wahrscheinlich. Oder einfach nur sein Kürzel drunter gesetzt. Okay. Okay. Das war's. Ja, toll. Das war's. Toll. Das ist ja gar kein Gift mehr, ne? Alter, soll ich mit dem jetzt holen? Den hol ich mir jetzt. Komm, den holen wir uns. Okay. Das ist ja gar kein Gift mehr, ne? Was ist nur noch ein Weg runter finden? Okay. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist doch unfair. Das war's. 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 Yes. Das war's. 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 Ben... Das war's. war's. He's not helpful. Oh. Oh. Oh, nice. 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 Do you. Das war's. 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 Yeah. Yeah. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, was. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Yeah. Das war's. 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 Das war's.